Okay, Buchcamp ist super, viele nette Leute, man kann sich permanent über irgendwelche Dinge unterhalten mit den Leuten. Sessions, die ich besucht habe, haben sich mit DRM beschäftigt bislang und mit Flash Fiction, eine ganz interessante Idee, wo man versucht, möglichst schnell möglichst kleine Geschichten zu produzieren, so in der Richtung von Tiny Tales, wie sie über Twitter verbreitet wurden. Und bei DRM sind wir zu dem Schluss gekommen, dass DRM sich für keinen Beteiligten lohnt. Das sind so meine bisherigen Eindrücke vom Buchcamp und die Prototype-Veranstaltung gestern war auch wunderbar. Wir haben nachher unsere eigene Session mit unserem E-Book-Support-System Martha und hoffen wir mal, dass das produktives Feedback gibt.